Meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin deutlich erholt, nachdem es gestern doch nochmal auf Talfahrt gegangen in Richtung 25.800 US-Dollar, befinden wir uns mittlerweile wieder bei 26.800 US-Dollar. Wir haben gestern Abend noch einen schönen Impuls nach oben hingesehen. Leider noch nicht die Marke von 25.400 US-Dollar erreicht. Das wäre so mein nächstes Long-Szenario gewesen. Was nicht ist, kann aber auf jeden Fall noch kommen. Ich bin noch nicht so wirklich ganz überzeugt, dass wir jetzt hier schon gegebenenfalls den Boden erreicht haben. Wieso, weshalb, warum, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen. Außerdem natürlich noch einen Blick auf Ethereum werfen. Und ja, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 26.800 US-Dollar. Aber ihr seht hier unten schon meine kleine Long-Position, die hier schon ein bisschen so in Planung zumindest war nach jetzigem Stand. Wie gesagt, wir sind auf ungefähr 25.800 US-Dollar gefallen. Wir gucken uns das Ganze mal im 4-Stunden-Timeframe an. Und schauen einfach mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Und jetzt, so, jetzt hat es geladen. So, und da sehen wir, okay, wir haben hier drüben noch diesen impulsiven Anstieg. Das heißt, wir haben hier noch ein ordentliches Void. Das geht bis ungefähr 25.300 US-Dollar. Jetzt habe ich aber gesagt, okay, 25.400 US-Dollar wäre so der Entry. Das hat einfach den Aspekt. Ich will einfach nicht warten, dass wir uns genau diesen Punkt holen, weil genau dann, wenn jeder darauf wartet, wird dieser Punkt sehr wahrscheinlich nicht kommen. Gleichzeitig haben wir unten noch die Confluence mit dem 0,5er Fibonacci Retracement Level. Ihr kennt das Level. Haben wir schon öfters darüber gesprochen, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung, die wir jetzt die letzten Monate hatten. Also, ich sage jetzt mal, seit 11. März bis eben jetzt heute befindet sich dort das 0,5er. Das Golden Pocket liegt bei 23.900 US-Dollar. Und das ist eben so dieser Bereich, den ich mir momentan sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass wir uns da eben nochmal hinbewegen. Natürlich haben wir jetzt gerade eine schöne Impulsbewegung nach oben hingesehen. Volumentechnisch, naja, lässt immer noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber das kennen wir aus den letzten Monaten, dass wir immer noch nicht so wirklich dieses Volumen mehr im Markt drin haben. Und genau dort, wo eben dieses Void liegt, beziehungsweise das 0,5er, genau dort hat eben auch ziemlich aufgehört, das Volumen in den Markt gekommen ist. Klar, wir hatten hier nochmal so einen schönen Impuls hier nach oben, aber das war es dann auch. Und seitdem ist eigentlich das Volumen komplett aus dem Markt gegangen. Hat vielleicht auch mit Binance und sowas etc. pp. zu tun. Aber trotzdem, das ist für mich so momentan dieser einzige Longpunkt, den ich momentan im Auge habe. Das gestern war mir ein bisschen zu riskant. Wir hatten Freitagabend. Jetzt ist Wochenende. Wochenende lässt sich natürlich immer mehr deutlich mehr manipulieren. Dann muss man auch dazu sagen, wir haben mal wieder eine kleine 4-Stunden-Bullish-Divergence oder eine etwas größere. Wir hatten aber gestern schon auf den kleineren Timeraps, haben wir ja auch drüber gesprochen, auch eine Bullish-Divergence. Also wir dürfen das Ganze auch nicht zu überstrapazieren und sagen, okay, das ist jetzt hier komplett schon der Boden. Für mich persönlich wäre es so ein erster Step. Das können wir uns mal gerade angucken, wenn wir hier zumindest mal über diese 4-Stunden-Supply-Zone kommen. Wir haben es gestern ja nicht mal über die 1-Stunden-Supply-Zone geschafft. Das heißt, wir hatten überhaupt keine richtigen Impulse nach oben. Der Markt war einfach abwärts gerichtet, auch wenn ich gestern gesagt habe, okay, 26.800 US-Dollar wäre jetzt erst einmal so vorläufig Bodenmöglichkeit. Aber wir haben leider kein höheres Ruck geschafft. Wir wurden wiederum weiter abverkauft. Der nächste Step, den ich mir dann vorstellen könnte, sollten wir die 27k mal rausnehmen. Dafür ziehen wir uns jetzt wieder mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Schauen wir uns das an von der Bewegung von 28.3. Da seht ihr auch, okay, die 27.3, 27.4. Das wäre jetzt so momentan nach jetzigem Stand der Endgegner, um zumindest mal zu versuchen, einen kleinen Abtrend hier reinzubekommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall hier eine Gegenreaktion und danach ein höheres Tief. Das ist ganz, ganz wichtig, weil vorher ohne Rückstep, sage ich jetzt mal, um ein höheres Tief zu bilden, möchte ich hier erst einmal nicht in irgendwelche Positionen reingehen. Ich möchte einen bestätigten Abtrend und nicht einfach nur so eine korrektive Bewegung nach oben haben. Sollten wir die bekommen, dann auf jeden Fall wäre das Ziel 28.3, 28.5 hier oben, wo wir eben schon mal ausgerufen haben, wo wir leider nicht abgeholt werden. Ansonsten, wenn wir uns das jetzt Ganze mal auf einen 1-Stunden-Timeframe angucken, mal ein bisschen genauer, seht ihr auch, okay, wir haben einen riesigen Schatten jetzt hier unten gebildet, sehr, sehr viel Volumen auch hier in den Markt gekommen. Ist zwar ein gutes Zeichen, trotzdem, wir haben Schatten dahinter. Wir haben kleine, ja, was heißt, ja doch, einen Schatten kann man schon dazu sagen, einen ordentlichen Wig, der meines Erachtens nach einfach nochmal gefüllt werden sollte, auch aufgrund der Liquidität. Wir hatten das gleiche Spiel hier oben bei den 26.700 US-Dollar. Gleiches Spiel, riesiger Schatten, riesiger Schatten. Der wurde dann im Nachhinein trotzdem wieder gefüllt, auch wenn vielleicht manche wieder nicht daran geglaubt haben. Und das gleiche Szenario haben wir jetzt eben hier auch. Ich glaube nicht, dass die Market Maker oder die großen Fische uns die Chance geben, jetzt hier einfach im Endeffekt komplett nach oben hin zu pumpen. Kann ich mir ehrlich gesagt in der jetzigen Situation nicht vorstellen. Weshalb es eigentlich sinnvoll wäre jetzt über das Wochenende in diesem Bereich noch einmal zu fischen. Gegebenenfalls ein tieferes Tief und dann vielleicht die Marke von 25.400 US-Dollar einfach mal anzulaufen. Aber das 0,5er-Fib-Level, ganz, ganz interessanter Bereich. Vor allem, wenn ihr euch an das gestrige Video erinnern könnt, wo wir auch darüber gesprochen haben. Zuletzt, oder ich glaube im Livestream war es, zuletzt wurden immer wieder eben nur die 0,5er-Fib-Levels angetestet. Das Golden Pocket kam teilweise gar nicht mehr zu sprechen. Deswegen für mich ein sehr, sehr interessanter Punkt, um hier gegebenenfalls Long-Positionen zu eröffnen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir trotzdem mal rüber zu Beinen und schauen uns das Ganze auch mal hier an. Wie sieht es dort aus? Da seht ihr auch den Fahrplan, den wir aus dem Livestream hatten, leider so nicht eingetreten. Seht ihr auch, okay, ordentlicher Volumenspike, der sollte einfach gefischt werden. Ansonsten, Dailyblick hier auch nochmal, wie sieht es volumentechnisch aus? Weiterhin deutlich zurückgehen. Wir sind jetzt genau eben in dieser Formation, wo das Volumen auf den Markt gegangen ist bei Binance. Also es wird sehr, sehr interessant werden und genau hier eben dieser Bereich 25.200, 25.300. Das ist so dieses ganze Fair-Value-Gap, welches noch meines Erachtens nach gefüllt werden sollte. Also ihr seht momentan sehr, sehr viele Überschneidungen in diesem Bereich, weshalb ich einfach davon ausgehe nach jetzigen Stand. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum hat sich deutlich stärker wieder erholt. Man sieht hier, Fib-Level können wir nochmal minimal ein bisschen anpassen. 1740 war so der Boden, den wir hier gesehen haben. Man muss aber auch dazu sagen, meine Position bei Ethereum wurde hier um 50 Dollar Cent ausgestoppt. Also ich habe ein Stop-Loss doch vielleicht minimal ein bisschen zu hoch oder zu knapp angelegt. Sorry, mein Fehler. Aber ich glaube, die meisten sind da eh nicht mit, weil ich es nicht öffentlich gepostet habe. Mein Glück vielleicht. Auf jeden Fall, gleiches Ziel hier. Golden Pocket, erst einmal so der Bereich 1532. Wir sehen, okay, wir haben dieses Hoch bei 1795 zumindest kurzfristig rausgenommen. Erst einmal ein gutes Zeichen. Das Einzige, was mich eben auch hier stört, wir gehen in einen 1-Stunden-Timeframe schauen uns das auch mal ganz kurz an. Auch hier dieser ewig lange Wig. Natürlich könnte man sagen, okay, wir haben einfach diesen Bereich hier unten nochmal getestet mit einem höheren Tief, aber so richtig entspannt. Sieht das einfach noch nicht aus, also gefällt mir auch charttechnisch einfach noch nicht so, um hier wirklich von dem Boden zu sprechen. Natürlich, okay, die 1795 ist jetzt erst mal rausgenommen. Das ist der erste Step. Zweiter Step wäre jetzt aber auch dann, sage ich mal, das Golden Pocket vielleicht übers Wochenende rauszunehmen. Und dann wirklich mit einem höheren Tief, das heißt hier dann mit dem Golden Pocket, können wir mal ganz kurz einzeichnen, damit ihr seht, was ich meine, dass wir hier im Endeffekt einfach ein höheres Tief reinkriegen. So in diesem Bereich würde sogar passen, 1788. Und dann die Bestätigung und dort dann mit einem gegebenenfalls Retest auch in eine Long-Position einzusteigen. Das ist jetzt so momentan so ein bisschen der Fahrplan, den ich mir vorbereitet habe. Ansonsten gibt es bei Bitcoin und Ethereum erst einmal wenig zu sagen. Wir können nochmal ganz kurz auf den Dollar nachgucken oder nachschauen, wie es dort aussieht. Soll es ja einen Breakout gegeben haben und im Endeffekt wurde jetzt fast unser Ziel erreicht. Wo wir auch gestern darüber gesprochen haben, hier oben dieser Bereich 102 bis 103 US-Dollar. Die Range ist erst mal ausgebrochen, sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt auch hier im Endeffekt diesen Retest kriegen, nochmal in die 102-Region, würde natürlich für Bitcoin und Krypto wieder ein bisschen positive News bedeuten. Aber dann könnte dieser Retest hier zur Folge haben, dass der US-Dollar deutlich, deutlich noch ansteigt. Gut, dann würde ich sagen, was es fürs heutige Video. Wir schauen noch ganz kurz auf die News. Neuer Twitter-CEO. Ist das richtig gegendert? Nee, Spaß. Alles, was du über Linda Jaccarino wissen musst. Ich kenne die Frau selber noch nicht. Ich habe mir den Artikel schon durchgelesen. Müsste auch mittlerweile in der Telegram-Gruppe drin sein. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start in den Samstagmorgen hinein. Wochenausblick eventuell dann heute Nachmittag oder morgen dann, oder morgen halt dann. Weiß ich noch nicht, ob ich es heute noch schaffe. Aber ansonsten wird auf jeden Fall dieses Wochenende kommen. Und dann war es das von meiner Seite. Wie gesagt, schönen Samstag. Like da lassen, Abo da lassen und gerne in die Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinjoinen. Das war es von mir. Schönen Samstag und ja, wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.